Grüezi miteinander, ich heisse Nathalie, ich komme aus Wallis und ich bin eine Hostess für Ford am Autosalon. Das ist schon die vierte Jahre, dass ich arbeite für Ford. Also dieses Jahr, was fantastisch ist, wir haben viele, viele Neuheiten auf dem Torstamm. Zum Beispiel, also alles geht um Performance. Also wir haben der neue GT, wir haben auch die Focus RS, wir haben auch die wunderschöne und legendäre Mustang. Wir haben die neue Mondeo, die sehr elegant ist, auch mit Vignale. Wir haben auch die neue C-Max für eine Familie. Also wieder hier gibt es eine Palette für jede. Also Sie müssen uns jetzt am Autosalon besuchen, weil wir haben exklusiv die GT, also die GT. Und wir haben auch die charmanteste Host. Und ich bin sicher, dass wir die passende Auto für Sie haben. Also wir begrüßen Sie herzlich und wir freuen uns auf Ihre Besuch. Vielen Dank.